Die Songs entstehen eigentlich alle zusammen. Wir sitzen sofort im Proberaum, warten ein bisschen bis uns die Muse küsst und nach einer halben Stunde haben wir eine Idee und dann übernimmt eigentlich der Song die Regie. Tripp ist unser zweites Album nach No Sleep und nach zwei Jahren unterwegs sein, war das die logische Konsequenz, nur eigene Kompositionen auf dem Album zu haben. Songwriting mit Tripp ist eine ziemlich spannende Sache. Wir fangen nämlich eigentlich mit nichts an. Wir setzen uns zusammen im Studio oder im Proberaum, irgendjemand hat eine Idee und dann ist das wie ein Domino-Spiel und der Song ist eigentlich ganz schnell fertig. Na ja, wir versuchen gute Songs zu schreiben und die mit der Freiheit des Jazz ein bisschen zu kombinieren und nennen das ganze Indie-Jazz. Der Name Tripp stammt noch aus der Zeit, als die Band noch ein Trio war. Jetzt sind wir zu viert und heißen immer noch Tripp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017